ARD Text im Auftrag von Funk 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 Habt ihr ihn gefunden? Nein. Wir haben ja zu Not noch immer das Assisten-Signal. Ich glaube, das werde ich gleich als erstes benutzen. Wir verhandeln das mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eh. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata abschauen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und los geht's. Noch eins. Mal. Ja. Na, was macht der denn hier? Nein, bin ich immer noch nicht. Ha, Mann. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber da kriegen wir noch schon gebacken. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. La, 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 la. Einmal hier runter. Hopp, hopp, hopp. Und schon sind wir da. Ja, will ich einmal reparieren. Ja. Ja, komm. Die neuesten Erkenntnisse der Medizin. Ja. So. Jetzt noch schnell die Bomben. Äh, Aufschlag, Splitterbombe. Zack, danke. Ich muss. Ich muss. Na. Fallen lassen. Ich will hier. Aber die Kiste ist auf, ne? Ich muss neu einkaufen gehen, aber die Kiste ist noch auf. Ja, super Idee. Dann haben sie ja sehr intelligent gemacht eigentlich. Komm, komm, kletter. Na, du sollst klettern, du Sau. Nein. Ja, komm, jetzt aber. Hopp. Hopp. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Schnelle weg hier. Der eine hat sie mich schon gesehen. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wer ist anscheinend weg? Ich sehe ihn nicht mehr. Okay. Da laufen welche. Ah, da kann ich die Splitterbäume benutzen. Da sind zwei Stück nämlich. Oh, ich kann die eigentlich so werfen. Ich kann das eigentlich versuchen. Wenn es klappt. Jetzt. Jawohl, vier Stück auf einmal. Das hat es auch gebracht. Aber das hier eben schnell. Feuer. Dadem muss ich mit der Schwitterung betreffen. Der hält so viel aus. Sonst so irgendwo hier wie in der Nähe. Ne? Ich glaube, dann kann ich mal eben kurz zum Arzt latschen. Ich glaube, das werde ich auch eben mal tun. Na, komm, Fall. Sprechen. Hallo? Ah, okay. Okay. So. Neues Gift geholt. Jetzt einmal schnell hier hoch. Zack, 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 zack. Gucken. Da soll ich noch. Ach, da sitzt einer. Da. Seht ihr den auch? Anvisieren. Äh. Pfeil. Schießen. Anvisieren. Und. Ping. Und der ist auch ausgeschaltet. Um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Hier soll noch irgendwie. Ach, da. Da sind zwei Stück. Ist da auch irgendwie. Ja. Ich hoffe, wir können den befreien. Und das. Und das. Und das. Komm. Ja. Einmal rüber. Und sauber. Wo sind denn noch welche hier? Da laufen zwei. Aber erstmal machen wir das hier auf. Schnell. Nein. Nein. Boah. Schnell weg hier. Ich bin zu niedrig. Ich habe keinen Bock, der entdeckt zu werden. Wo sind die zwei Wachen, die ich jetzt hier... Waren die da gerade? Nein. Hä? Ich habe die zwei Wachen aus den Augen verloren. Da sind zwei Wachen. Wie viele Bomben haben wir überhaupt noch bei? Eine einzige. Und hier oben auf dem Dach ist irgendwo einer. Scheiße. Da sind zwei Wachen. Aber wir befreien hinten mal den SS... Ne, wir machen erstmal alle Wachen hier soweit kalt. Und... Fangen. So, da hinten ist... Da hinten glaube ich ist da gewesen mit dem Bomben kaufen. Kaufen wir uns jetzt nochmal schnell in neue Bomben. Ich hoffe es zumindest, dass... Ne, hier war das nicht. Scheiße. Wo war das denn? Scheiße. Äh... Ah, geradeaus weiter. Okay. Wir müssen unbedingt wieder neue Bomben haben. Weil die Bomben... Sind hier in der Mission ziemlich gut. Habe ich festgestellt. Ach. Bemerkt uns keiner? Gut. Dann können wir jetzt auch wieder hochklettern. Jetzt sieht uns keiner nämlich mehr. Ohne Bomben gehe ich nicht an die Mission ran jetzt weiterhin. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Na, komm runter. Kollege, ich brauche mal neue Bomben. Krieg ich ja von dir, ne? Nee, kriege... Kleberie... Was...